Wir kommen noch zu unserem letzten Produkt in dieser Serie jetzt, und zwar ist das Tasche Glow. Genau, das ist die Artlieb E-Glow. Ein Bostikörbli hätte man früher gesehen. Ja eben, so habe ich jetzt gerade gesagt, ein Bostikörbli, Entschuldigung, hat jemand auch noch ein Bostikörbli? Ja, aber das ist eben ein cooles Bostikörbli. Das Bostikörbli ist nicht ein Bostikörbli, sondern, wie wir jetzt schön sehen, es leuchtet. Jawohl. Das Bostikörbli hat nicht geleuchtet, das ist nicht ein Lichtersatz, aber man kann es zutun. Es hat 5 kg Zuladung, 7 l Platz. Und das Coole ist eben, es hat Licht. Oben drauf ist eine wasserdichte Klarsichtfolie, wo du das Handy reinlegen kannst. Du könntest nach Hause navigieren. Und wenn du am Abend nach Hause kommst, kannst du es öffnen und dir das, was draussen leuchtet, hast du auch ein Licht, dann findest du den Hausschlüssel. Super genial. Super. 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 Untertitelung des ZDF, 2020